Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video der Legacy of the Duelist heute. Wir spielen mit Mandel. Was soll das machen? Ich bin hierher. Okay, sind wir als Erster? Okay, gut, gut, gut. Als erstes aktivieren wir Topf der Gier. Ich ziehe zwei Karten, aha, aha. Dann aktiviere ich Verräterische Schwerte. Ich schwöre erfahrener weißer Magie im Angriffsmodus. Damit ist sie am Zug. Okay, ihr Spiegelzauber. Okay, damit beschwöre ich Gazelle, König der mythischen Besten im Angriffsmodus. Und das Spezialbeschwerden hole ich mir Utopia Nummer 39. Angriffsmodus. Komm Utopia. Los, Utopia. Reicht ihr verdecktes Monster an. Hier seht ihr welche Liebzeilen. Und das war's mit dem Monster. Sie kann sich wieder ein neues holen. Das bringt nichts, weil Utopia Stärke ist und weil meine verräterischen Schwerter noch an sind. Okay, damit ziehe ich eine Tate. Oh, die macht die Spiegelzauber. Die ist sehr wichtig. Damit beschwöre ich keltischen Wächter im Angriffsmodus. Dann greif ich die an und los geht sich der Wächter. Dann greif ich die Monster an. Dann greif ich die Monster an. So, Utopia greif die Monster an. So, Utopia greif die Monster an. Der verdecktes. ner versteckt. Wer ist die Monster an? Den Taunen Answering. Auf dem Schwerter sind wir weg. Sie haben ja noch eine Karte. Ich finde ich Beschwerer. Erfahrene blaue Magie im Angriffsmodus. Los, Utopia. Greift ihr Monster an, ihr verdeckt es. Und weg. Also sie holt wieder Neues. Das machen wir mit den erfahrenen blauen Magier weg. Und jetzt schaue ich dir, greift ihr verdecktes Monster an. Weg. Und tatsächlich kein Monster mehr. Ich kann sie in die nächste Runde angreifen, aber... Oh nein. Dann beschützt wieder Monster. Utopia Nummer 39 Effekt aktiviert sich. Wett mit dir, erfahrene weiße Magier auf den Schritthof. Damals hat er den keltischen Wächter noch geschützt. Okay Leute, dann setze ich Exodias rechter Arm verdeckt. Dann los, erfahrene blauen Magier. Greift ihr Monster an. Okay, ich drück X. Nein. Gut, ich krieg 200 Schaden, holt sich wieder ein Monster. Das greift dann Utopia an. Weil das ist zu stark für den keltischen Wächter ist. Jo. Und weg. So ist der Wächter greift sie direkt an. Damit verliert sie 1400 Lebenspunkte. Damit ist sie wieder am Zug. Leute, die Taktik ist einfach gut, was ich hier mache. Okay. Dann tue ich diese Karte und lege bisher ab, meinen erfahrenen weißen Magier auf die Hand zu rufen, um sofort zu beschwören. Los, komm! Okay, Utopia. Immer noch ein paar Fisch. Greift ihr zerdecktes Monster an. Attacke! Und weg! Also ich kann wieder Monster holen, ne? Ja. Und dasselbe wieder. Das macht meinen erfahrenen weißen Magier weg. Los, Attacke! Dann greift der erfahrenen blauen Magier sie direkt an. Und der keltische Wächter auch nochmal direkt an. Damit hat sie nur noch 3200 ATK. Leute, es läuft eigentlich richtig gut gerade. Jetzt kommt es von uns, dann. Ich habe verloren. Dann, wenn ich sie setze. Damit bin ich im Zoo und setze eine Farte. Und Exotias rechter Arm beflöre ich im Angriffsmodus. Klippe ich halt um. Exotias rechter Arm. Greift sie direkt an. Dann, Utopia Nummer 39. Greift sie direkt an. Los, Kettische Wächter. Da bringt alles zu Ende. Greift sie auch direkt an. Und das war's. Wir haben gewonnen, Leute. Okay, Leute, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Bis bald und ciao.